Am 28.05.2020 findet die digitale Revolution Part 5 in Zürich statt. Mein Name ist Nicola Baumann, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf. In meinem Vortrag Teamarbeit bei Überschall geht es um meine Erfahrungen als Eurofighter-Pilotin und wie man kleine Teams im Kreuzfeuer erfolgreich führen kann. Ich hoffe, Sie sind auch dabei.